Gewinne zur heiligen Rita, sechster Tag. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einleitungsgebet. O heilige Rita, von Gott durch Wunder verherrlicht, du besitzest das seltene Vorrecht, die besondere Patronin und Helferin in verzweifelten Fällen zu sein. Mit großem Vertrauen auf die Macht deiner Fürbitte komme ich darum zu dir, um in meinem gegenwärtigen Anliegen dich um Hilfe anzurufen. Habe Mitleid mit mir. Würdige dich, mein Gebet gnädig anzuhören. Bringe es vor den göttlichen Gnadenthron und erwirb mir durch deine eifrige Fürbitte Erhörung in meinem Anliegen. Ich bin zwar wegen meines sündigen Wanders deiner Fürbitte nicht würdig. Allein das große Vertrauen, das ich zu dir trage, verdient wohl, dass du dich meiner Sache annehmest. Ich bin gewiss, dass du nicht auf die Verdienst siehst, sondern auf die Not und das Gebet derer, die dich anrufen. So lass den, o heilige Ritter, mein inständiges Bitten dein Herz durchdringen. Lass mich nicht ungetröstet von dir scheitern. Ich verspreche dir, seit Lebens, deine Wohltaten eingedenkt zu sein und dich stets als meine besondere Patronin zu verehren und zu lieben. Sechster Tag Allgütiger Gott, im Geist stehe ich in der großen Kirche zur Kassel, wo am Karfreitag 1442 der berühmte Franziskaner und Bußprediger Jakob von der Mark dein Wort verkündete. Da hat dein heiliger Geist Ritters Denken, Wollen und Fühlen so erfüllt, dass sie sich ganz dem Worten des Predigers öffnete und sich inniglich mit dem Leiden deiner Sohnes vereinte. Gott, öffne bitte auch mein Herz für deine Botschaft. Lass mich durch die Stimme der Kirche deiner Wahrheit hören, damit ich mein ganzes Leben nach ihr ausrichte. Lass mich nie vergessen, dass in der frohen Botschaft, die uns die Kirche verkündet, du selber zu uns sprichst, durch deinen Sohn Jesus Christus, der dein Mensch gewordenes Wort ist. Lass den Samen deines Wortes in meinem Herzen aufgehen und mir zum Heil werden. Bitte neid zu Ehren der heiligen Rita. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel, Erbarme dich, unser Gott, Sohn, Erlöser der Welt Erbarme dich, unser Gott, Heiliger Geist Erbarme dich, unser Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott Erbarme dich, unser Heilige Maria Bitte für uns Heiliger Johannes der Täufer Bitte für uns Heiliger Augustinus Bitte für uns Heiliger Nikolaus von Tolentino Bitte für uns Heiliger Rita Bitte für uns Heiliger, du unablässige Beterin Bitte für uns Du Engel der Armen Bitte für uns Du Helferin der Kranken Bitte für uns Du treu besorgte Gattin Bitte für uns Du leidgeprüfte Mutter Bitte für uns Du gottergebene Witwe Bitte für uns Bitte für uns Du willensstarke Frau Bitte für uns Du heilige Braut Christi Bitte für uns Bitte für uns Du opferbereite Menschwester Bitte für uns Du demütige Du demütige Dulderin Bitte für uns Du gehorsame Ordensfrau Bitte für uns Bitte für uns Du boten der Liebe Bitte für uns Du vorbild der Barmherzigkeit Bitte für uns Bitte für uns Du selbstlose Friedenstifterin Bitte für uns Bitte für uns Du Verehrerin des Heiligen Kreuzes Bitte für uns Bitte für uns Heilige Rita Den Eltern gehorsam Bitte für uns Bitte für uns Heilige Rita Du Spiegel der Geduld Bitte für uns Heilige Rita Du Beterin unter dem Kreuz Bitte für uns Heilige Rita Du Helferin der Armen Bitte für uns Bitte für uns Heilige Rita mit der Stirnwunde bezeichnet Bitte für uns Heilige Rita durch Wunder verherrlicht Bitte für uns Heilige Rita Du Helferin in allen Anliegen Bitte für uns Dass wir im Unglück nicht verzweifeln Bitte für uns Bitte für uns Dass wir das Getreuz Kreuz geduldig tragen verachten Bitte für uns Dass wir die Mitmenschen lieben Bitte für uns Dass wir den Armen und Kranken helfen Bitte für uns In allen Gefahren des Alltags Bitte für uns In allen Versuchungen des Lebens Bitte für uns In allen Nöten und Anliegen Bitte für uns In jedem Leid und aller Trauer Bitte für uns In den Tagen der Krankheit Bitte für uns Bede für uns In der Stunde des Todes Bitte für uns Lamm Gottes Du nimmst hinweg die Sünden der Welt Verschone uns, O Herr Lamm Gottes Lamm Gottes Du nimmst hinweg die Sünden der Welt Erhöre uns, O Herr Lamm Gottes Du nimmst hinweg die Sünden der Welt Erbarme dich Bitte für uns Bitte für uns Du heilige Rita Dass wir würdig werden Der Verheißung in Christi Lasset uns beten Gott, du hast in deiner großen Güte Die heilige Rita Mit vielen Gnaden ausgezeichnet Sie liebte ihre Feinde Und tat Gutes denen Die ihr Böses Zufügten In ihrem Leben Trug sie das Kreuz Deines Sohnes mit Immer mehr ist sie Dem Leidenden Christus gleichförmig geworden Und durfte als Zeichen Deine Liebe Die Stirnwunder tragen Gib, dass wir auf ihre Fürbitte Die Kraft zur Versöhnung erhalten Und dem Frieden dienen Hilf uns Die Widerwärtigkeiten des Lebens Und aller Leiden und Nöte Geduldig zu ertragen Und deinem Sohn Auf dem Weg Des Kreuzes Nachzufolgen Das gewähre uns Auf die Fürbitte Der heiligen Rita Durch Christus Unseren Herrn Amen Amen Zum Abschluss Heilige Rita Ich will wie du Stets voll Geduld Zum Kreuz aufschauen Und in der Prüfung Und im Leid auf Gott Den Allmächtigen vertrauen O Helferin In aussichtslosen Anliegen Heilige Rita Bitte für uns bei Gott Gelobt sei Jesus Christus In Ehrlichkeit Amen Maria mit dem Kind Und zu allen deinen Segen Gebt Amen Und in der Prüfung Und in der Prüfung Und in der Prüfung Im Prüfung Bis zum nächsten Mal In der Prüfung of Muñoz